Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tomb Raider. Ihr seht, wir stehen immer noch hier unten. Und das war nur Muni, genau. Hey, nimm das scheiße Schiff! Habt ihr es gehört? Ich seh mal nach! Schmissen! 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 Ich bin hingegen. Schmissen! 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 Läuft einer, seht ihr den? Natürlich nehmen wir die wie immer aus. Habe ich es echt alles schon abgemurkst? Wow. Oh, guckt mal hier. Darf ich kurz ein Screenshot machen? Ja, löst aus. Komm. Kommt wahrscheinlich gleich da irgendwann hin. Ähm. Hier liegt noch ein Toter. Da waren sie. Ja, wo kommt der jetzt? Ach Quatsch, ich wollte mich hier noch umgucken. Ich wollte gerade sagen, den haben wir aber nicht umgebracht. Der sieht... Oh, Vödelchen. Da können wir nicht rein. Ey. Der sieht aber schon so ziemlich modrig aus. Hm. Kein Dokument oder so? Ähm. Habe ich den Timer gestellt? Oh, da oben sind welche. Nein, doch, ich habe ihn gestellt. Ähm. Seht ihr die Schatten da oben? Wir untersuchen das jetzt letztlich erst. Eine Münze der Edo-Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert, könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Cool. Auf jeden Fall haben wir jetzt beide Münzen schon gefunden. Ach so, nein, das will ich nicht zünden. Schnell die Pfeile mitnehmen. Ah, das sind blöde Glühbirnen, die hier rumwackeln. So. Ich werde sie sicher wieder untersuchen. Bei der kann ich keinen mitnehmen. So. Hier ist wieder eine Kiste. Warte, warte, was zum Untersuchen? Wo? Äh, wo muss ich jetzt hin? Da Stacheldraht? Ah. Ich hab Sache. Ah, ist voll. Und einmal... Oh. Ja. Okay, dann schließen wir das alles mal. Ach, scheiße! Wie viele waren auf dem neuen Park? Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Okay. Ich glaube, ich habe vorhin ein paar Sachen übersehen gehabt, schon. Ach, das Rad kann man aufstellen. Ist mit dieser Tür, da komme ich nicht raus. Oh nein, ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Okay Ich glaube, ich bin gar nicht mehr so schlecht im Treffen, oder? Ach, guck mal, eine Kiste Erstmal alles durchsuchen, bevor wir weitergehen Aber es läuft immer noch sehr geduckt Und so, als ob gleich wieder irgendwas passiert Den müssen wir jetzt natürlich auch noch plündern Beide sind voll Ja Ich schau mich immer um Da ist irgend... Das soll ich anzünden? Kann ich mir jetzt irgendwo... Kann ich irgendwo Feuer anmachen? Ja Dann wollen wir es einfach nochmal anguckeln Was ist das? Aha Kann ich das auch ran? Oh Scheiße, wo kommt der denn her? Oh Mann Hallo? Schieß doch mal, Alter! Ja Ich schieß nochmal einen drauf Immer schon vorsichtig sein Hab ich jetzt schon geplündert? Anscheinend So Kann ich die Falle jetzt nochmal mitnehmen? Nein, nein, ich bin immer voll Ähm Da oben muss ich jetzt aber nicht lang Anscheinend Nicht Gucken wir, ob ich hier irgendwo was Mitnehmen kann Ah, da muss ich hoch Oh Gott Niemand geht Ah, ok Kommen wir, was soll ich denn jetzt... Ah? Hallo? Soll ich das tun? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Oh Oh Zurück, du Arsch Arsch. Bäm. War es richtig? Ich würde sagen, wir beenden jetzt an dieser Stelle die Folge und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.